da da wir haben geblieben ich glaube ihr habt das spiel so weit und er soll einen Eindruck davon verschaffen dass man diesen typen normalerweise nicht aus dem Weg geht sondern sie erschießt aber da habe ich gerade keinen Nerv mehr für ausstatt zur Abwechslung machen klar gerade wo es gut lief wird einem der Spaß sofort verdorben dann möchte ich mir jetzt auch wieder eine P90 holen ja meine Wünsche wurden mir sogar erfüllt hm haa ich bin besser oh oh blendgranaten oh ich gehe jetzt hier entlang der Weg scheint mir angenehmer der Schein kann aber auch täuschen wollen wir mal oi ich werde mich leicht unter Druck gesetzt menno hätte doch mal klappen können ok ok let's go Rofelkopter 1D ui da gehen wir nicht lang das wollen wir nicht tut r du kannst etwas lesen ja das kann ich lesen Oh, das mache ich. Jetzt würde ich auch mal angeben. Oh, jetzt rucke ich hier die Runde gerade. Boah, das war mal Bombe hier. Ui. Nein! Och, ich habe übrigens No Mic. Ja, das wissen wir. Er hat kein Mikrofon, deswegen... Ach ja, im Übrigen, wenn ihr halt mal das ganze, das Playtogether aus seiner Sicht auch sehen wollt, geht mal auf seinen Kanal. Müsste aber nicht. Könnt ihr auch auf meinem Bleiben und da gucken. Aber guckst du denn da so? Hier ist ja was los. Ich gehe dann mal. Da habe ich auch keine Lust drauf, jetzt nichts zu zeigen. Boah, ich hatte mir eigentlich was anderes darunter vorgestellt. Naja, das war dann halt mal... Die mir... Ähm... Die heißt, äh... Saltless Lego. Ist ganz lustig. Habt ihr ja gesehen. Halt so wie das normale ist, Salt. Nur halt ein bisschen anders. Dann würde ich sagen, nach dieser Runde verabschiede ich mich dann. Gucken wir eben noch, wo der Herr MFP ist. Scheiße, bei der Herr MFP ist. Ähm... Ja. 13 Lehren hat er noch. Boah, kannst du aber auf mich so rennen. Boah, hammermäßig. Das hast du jetzt da. Naja, dann... Auf Wiedersehen.